Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen zu dem hier zur feier des tages ist das heute nicht das einzige video was ich drehe da kommen heute noch zwei also bleibt da auf jeden fall dran und wenn ihr das nicht verpassen wollt dann abonniert den Mist so red gefühlt von einem halben jahr vorgeschlagen ich hab's auch schon kannst du mal den dumm fress an ich drehe gerade wurde mir vor einem halben jahr zufällig gesagt ja trinkt das mal ich hab's mir dann auch gekauft aber dann wurde ich direkt die ganze zeit mit bier vollgeschüttet von euch an also lieben herzlichen dank dafür aber da kam ich halt nie dazu und heute habe ich meine ausbildung der folge abgeschlossen deswegen einfach ballern ja ballern drin wort riecht nach desperados schmeckt auch wie desperados hier ist natürlich wieder komplett dumme flaschenform weiß glas ist auch wieder schon scheiße bier mischt getränkt aus 58 prozent bier und 42 prozent erfrischung zu trinken da ist doch der hund begraben lieben milken zitronen tequila geschmack so was ist hier drin bier wasser zucker kohlensäure und ganz viel aroma und nichts was eigentlich gut ist für den körper 5,9 aber aber in so einer kleinen flasche für ich glaube eine euro bestimmt weiß ich ja nicht doch mal im abgeschmack so im nachgang eine kleine alkoholnote wie wenn ja vom wodka oder sowas wenn man das runter getrunken hat denn wenn er durch die nase noch mal durchbrennt so was hier natürlich nicht im gleichen verhältnis 5,9 prozent aber das war salitos ich muss sagen brauche ich das braucht dass jemand anders der wenig geld hat auch nicht braucht dass jemand der genug geld hat sich vernünftige sachen zu kaufen aber ich hoffe das video hat euch gefallen ich bin gut in der zeit und so ich mache jetzt direkt gleich weiter mit dem zweiten bier wir sehen uns im nächsten video bis gleich am besten ich bedanke mich für seite fürs Zuschauen und tschüss genaats